Eine gute Wahl! Passe deine Spielfigur an! Wähle eine Strecke. Schließe das Rennen auf Platz 3. Starte das Rennen. Guten Morgen allerseits! Heute ist ein besonderer Tag für unsere Stadt. Die Hunde-Formel 1 findet statt. Paw Patrol, habt ihr Lust mitzumachen? Habt ihr schon gehört, Fellfreunde? Klingt nach einer Menge Spaß. Wir nehmen ihre Einladung an, Bürgermeisterin Gutherz. Macht eure Fahrzeuge bereit, Fellfreunde. Oh, ich bin so aufgeregt. Sogar meine Henrietta kann es kaum erwarten. Der Gewinne des Rennens wird zum besten Rennfahrerhund gekürt. Auf zur Startlinie. Viel Glück, liebe Fellfreunde. Habt ihr das gehört, Kätzchen? Wenn mein Plan gelingt, wird Bürgermeisterin Gutherz-Hunde-Formel 1 ein Riesenreinfall. Und sie wird als die schlechteste Bürgermeisterin aller Zeiten bekannt sein. Dann werden alle nur noch in der Nachbarstadt Rennen fahren wollen. Heute findet das Rennen in der Abenteuerbucht statt. Henrietta, wir dürfen keinen Moment verpassen. Oh ja, das wird bestimmt ein spannendes Rennen. Wartet's ab. Rennen in der Abenteuerbucht. 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 Drei, zwei, eins, los! Bereits für ein heißes Rennen. Ich hab's! Ich hab's! Ich mach das schon! Wir werden ja sehen, wer der Beste ist, Bürgermeisterin Gutherz. Ich mach das schon! Noch zwei Runden. Ich mach das schon! Wartet vor, Petrol! Ich bin super aufgeregt! Ich hab's! Ich werde der letzte Bürgermeister der Text! Ich hab's! Ich mach das schon! Ich mach das schon! Wir werden ja sehen, wer der Beste ist, Bürgermeister! Ich bin super aufgeregt! Ich bin super aufgeregt! Na, wartet, Poppetrood! Ich mach das schon! Ich bin super aufgeregt! Ich bin super aufgeregt! Ich hab's! Wir werden ja sehen, wer der Beste ist, Bürgermeisterin Gutherz! Marschall macht's! Marschall macht's! Toll gemacht! Du hast das nächste Rennen freigeschaltet! Zurück! Bist du sicher? Bist du sicher? Bist du sicher? Bist du sicher? Für das ja… Ich bin super aufgeregt! Bist du sicher? Untertitelung des ZDF, 2020